Hallo ihr Lieben, tja, neues Jahr, neues Glück, neue Namen. Ich möchte euch heute in einem extra Video nur darüber informieren, dass aus Kirsti Beauty Talk Kirsti Coco wird. Also Kirsti Coco hatte ich schon mal auf Instagram und habe das dann umbenannt auch in Kirsti Beauty, weil es günstiger ist, dass die Account-Namen irgendwie gleich sind, dass sie sich ähneln. Und ich wollte, weil ich nicht nur über Beauty rede, dachte ich mir, indem ich meinen alten Namen Kirsti Coco wieder und auf Instagram habe ich das schon gemacht, vor zwei Tagen und auf YouTube heute. Nur, dass ihr Bescheid wisst und euch nicht wundert, also ich bleibe die gleiche, die Themen, es wird sich nichts weiter ändern, lediglich der Name, dass ihr Bescheid wisst. So, und nun haben wir ja den 2. Januar 2019 und ich kann mich jetzt noch entschuldigen, ich habe so viele, viele tolle Kommentare von euch bekommen und ich würde am liebsten euch, also erstmal, lieben Dank, ich habe gerade nicht die Zeit, ich habe auch Besuch, die Zeit zu antworten. Weil ich möchte natürlich eigentlich, wenn ich antworte, auf jeden auch persönlich eingehen, was eingehen und was nicht so, also das macht man nicht so mal schnell zwischen Frühstück und Gänsebraten und deshalb bitte, heute gibt es erstmal nur Herzchen. Aber ich werde versuchen, ab morgen doch einige Kommentare wieder in meiner üblichen Art zu beantworten, weil das ist ja gerade das Schöne an diesem Kanal, dass hier ein Feedback passiert, also zwischen dem Kanal treibenden, also mir und meinen lieben Zuschauern. Ja, also die guten Wünsche hatten wir schon, ich sage nur auf ein Neues, es ist schön, dass wir uns haben, es ist schön, dass ihr dabei seid, ich danke euch nochmal von Herzen für eure Mitarbeit, dass dieser Kanal wächst und der wächst täglich und das ist toll. Achso, für die neuen Zuschauerinnen, die mich jetzt irgendwie gefunden haben, durch irgendeine Anzeige, das ist ein Kanal Best Ager, ich bin Kirsti, ich bin unter anderem auch Make-up Artist, ich bin Autorin, ich bin Mutter, ich bin Künstlerin, ich bin alles mögliche, bin beste Freundin, etc. Ach, wie alt ich bin, wie alt bin ich eigentlich? Oh, ja, 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 ich werde 57 dieses Jahr und es ist ein Kanal Best Ager und ich möchte uns Frauen, also Frauen dabei unterstützen, wieder zu sich selbst zu stehen, zu sagen, ey, ich will mich jetzt zwar vielleicht nicht neu erfinden, aber mein Gott, ich bin eine Frau im besten Alter, weil das beste Alter ist jetzt, es ist jedes Alter ist das beste Alter, jedes Alter. Aber 50 plus, 60 plus ist auch ein ganz tolles Alter, weil wir dann schon wissen, was wir wollen und besonders, was wir nicht wollen. So, bevor ich hier lange blöd wiederum erzähle, ich wollte eigentlich nur mitteilen, dass sich der Kanalname geändert hat, ansonsten, ihr könnt gerne die neuen Ankömmlinge welcome hier, herzlich willkommen, ihr könnt gerne meinen Kanal kostenlos abonnieren, ihr könnt mir auch auf Instagram folgen, unter Kirsti Koko, ansonsten wünsche ich euch das Beste, seid besonders gut zu euch und bis bald, das heißt bis morgen, ne? Also morgen gibt es das obligatorische Donnerstag Video, ciao.